hab ja immer noch nicht oder doch benutzt ja das mit dem glatzparade habe ich ich brauche nur noch punkte punkte brauche ich auch punkte punkte und paraden und die vorlagen kümmern sich keiner darum ist aber hier nicht doch du hast eben eine vorlage also ich habe eben eine vorlage kriegt den ball geklaut aber mussten es gerade war fliegen lernen ist okay so kam ich wenigstens dahin wo ich hin musste aber dieses level mag ich gar nicht gefährlich mit diesen mit diesen mit diesen komischen lügelchen an der seite aber für die auch auch ja die auch die haben wieder so ein boom boom man das war wieder die wand die wand war es leute die wand magic wand uns hat das team verlassen ich weiß auch gerade vorlesen nein nein nicht und so wirst du nie wieder team anfühler da steht team hat die party verlassen nein du hast die party verlassen verdammt aber ich hab doch gar nichts gemacht und so wirst du nie wieder teamleiter und auch nicht mbp wieso ja weil ich derzeit alle tore gemacht habe die haben mich bei kurven 2 weg also ihr wartet von euch mehr leistung ihr habt zwei tore drei paraden und jetzt hat nur eine parade und dieser dort noch gar nichts ich weiß aber wir arbeiten dran weil wir arbeiten dran weil wir arbeiten dran will ich auch hoffen hast du schon mal eine parade sehr gut da komme ich nicht hin und mit dieser wird ich habe gesagt wie gesagt hat hat die hut schüsse gelernt ja ich habe hier hast du eine kleinsparade sehr schön und ein tor und ein tor sehr gut wie Ja, wir müssen angefordert sein, sonst muss man anfeuern, dann geht das auch. Schönes Ding. Ja, schön in die Ecke. Oh, oh, oh. Oh, der war gut. Der war genau die Ecke, die ich nicht trefft konnte. Ja. Das war nicht schlecht. Kurz, du hast mich irgendwie ein bisschen katapultiert. Ich war gar nicht da. Nee, das war ich. Ah, Pisa, du hast mich katapultiert. Nein! Pisa! Nicht wegrahmen vom Ball. Könnte hier jetzt auch nicht rassistisch klingen, aber ihr seht beide gleich aus. Ah, nicht wahr, ich bin ein Hot Rod. Ich weiß gar nicht mal, was er ist. Was anderes auf jeden Fall. Aber mit derselben Farbe. Das ist richtig. Mit exakt derselben Farbe. Oh. Oh. Voller gut. Ja, guck mal, weshalb. Du hast ihn berührt und dafür nicht gegen gefahren. Sehr gut. Wollen wir mal machen. Auf jeden Fall führen wir wieder. Auf jeden Fall führen wir wieder. Das sah nämlich nicht aus, in meiner Perspektive, als hätte ich einen Hotz ihn doch, als hätte ich einen Hotz ihn doch, als hätte ich einen Hotz nur probiert. Nein! Das war's schon, du. Nein! Ers Mann kommt! Alles gut, alles ist gesichert. Nein! Ja, ich muss nur rechtzeitig zurückkommen. Ja, der kommt gut. Ah, kann man nicht. Nein. Nein. Wir haben einen Wolf, der kann das einigermaßen. Ja, der kann das. Der ist heute im Run hier. Das ist jetzt sein Match. Ja, ich hab noch Punkte gebraucht. Passt doch. Passt doch. Alles gut. Äh, okay. Funktioniert bald. Hab ich. Hab ich nicht. Hab ich. Äh, muss das zurück. Hab den Bieser. War das die Rare? So fast. Mindestens. Verdammt. Der hat böse aufgedreht. Ja, der hat richtig gut aufgedreht. Naja, wenn die da hinten dran, hinter dem Ding da, hinterher bobbeln, dann ist problematisch. Ja, das war das Problem, dass der hier die Kurve mitgenommen hat. So, jetzt mach'n Tor. Rieser, mach'n Tor. Boah. Ja, so nicht. Da hat er doch. Hat'n Tor gemacht. Aber schön, wie das schön unser Wald durchgefahren ist. Ich wollte irgendwie, ich wollte irgendwie, äh, den runterfahren, also ich zeig' euch, was ich machen wollte. Ich versuch's jetzt nochmal. Ach, Wolf. Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö So, jetzt stehe ich nicht in der Nähe, Hutz. Jetzt kann ich ihn hier nicht versorgen. So wollte ich. Ja. Oh, schade. Ich würde gerade sagen, ich bin mal alleine. Geh da einfach nur. Wir wollen Verlängerung. In der Suche. Geht bis 7. Nächstes Tor entscheidet. Das ist richtig. Nächstes Tor. Deutet ein Anstoß, drei hoch mit denen wäre jetzt tödlich. Wieder runter. Oh, der kommt rüber. Oh, Glück auf. Noch leben, ne? Der zurück zum Tor. Ich bin da. Ah, voll, das war ich. Entschuldigung. Bin immer noch da. Ja. Sehr gut. Aber schön gesichert. Boah, der war knapp. Er hätte noch ein bisschen mehr Schwung gehabt und dann wäre er halt noch ins Tor. Ja. Wiii. Handwerk bin ich. Meine Güte. Meine Güte. Aber guck mal hier. Viel mehr Punkte als ich hattest du nicht? Ja. Nee. Das sind genau zwei Punkte von den Paraden. Äh, von den Toren. Vor allen Dingen, der Hutz hat schön noch aufgeholt. Ja. Ja, mit den ganzen Paraden am Ende. Weil er lag teilweise hinter mir. Oh, no, no, no. Ah. Okay. Das wäre auch unsere Team-Farbe. Ah, okay. Wenn unser Gegner ein einzelnes Team ist. Aber er ist nicht. Nö. Das ist gut. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vor dem Ball habe ich jetzt schon Angst. Ja. Warum, er ist direkt auf dich. Ja. Und ich hab ein Toll gemacht. Oh, schön. Oh, 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 oh. Ich hab's jetzt direkt auf dich. Oh, oh, oh. Oh, er hat ihn sogar noch gehabt. Er hatte ihn ja sogar noch. Sprint? Gut. Ja. Uh, der Gleesbüß abquelscht. Der Wolf ist für alle Fälle da. Ein Wolf für alle Fälle? Ja. Okay, ich wurde umgebracht. Aber haben sie ein Tor kassiert. Finde ich gut. Gut, der Tausch. Danke. Die untere Wand hat wieder mitgespielt. Die übernimmt das. Die schießt die besten Bälle. Schöne Schumutz. Kein Problem. Nicht schlimm. Mach den nächsten. Hat er aber nicht. Oh, der kommt hoch. Nee, nee, der kommt hoch. Alles gut. Der kommt hoch soweit. Alles noch gut. Macht der Wolf Leute umgekehrt oder was? Nö, nö, ich stehe hier im Tor. Guck. Okay, gut. Das ist der Gegner. Ich habe dich nicht gesehen. Das ist der Gegner. Nein. Wieser, sorry. Nee, nee, ich bin fast beigesprungen. Du kannst nichts dazu. Nee, nee, ich habe dich angerammt. Rück. Oh. Alles gut. Ich habe dich nicht kommen sehen von der Seite. Oh, bin gesprengt worden. Aber der Ball ist noch im Rennen. Da ist er auch drin. Warte, ich mache es wieder so und sage, warte mal, nee, so rum nicht. Danke. Ich mache es jetzt jedes Mal, wenn ich gesprengt werde und danach ein Tor von euch ist. Von denen an den nächsten. Ich habe ihn. Sehr gut. Rimmern. Und drehen. Ah, durch doppelt das Hochspringen kommt das Asso hoch. Ja. Kann ich fliegen, aber das kriege ich hin. Das funktioniert halt nur, wenn ich ziemlich unter dem Ball bin. Er ist soweit. So. Und schon wieder dort. Oh, ich glaube. Oh, du hast einen Rattdach, du hast Regeln. Und der Wolf auch. Ja. Ah, der kommen halt böse, die Bälle. Den habe ich nicht. Ja, den. Ah, du hast ihn schon. Ja. Oh, der kommt unten. Ja, der kommt aber schon wieder. Aber egal. Pastor. Ich bin gesprengt. Warum ist der... Ah, der ist schicken. Ja, der ist über deinen Rücken gerollt. Das hat gereicht. Das reicht. Ich bin da. Jetzt habe ich nur nicht überwischt bekommen, dass ich mich berührt habe. Na, da wo? Ja. Nein. War auch unter mir. Sehr gut, Bisa. Sehr gut. Jetzt, die Bisa-Runde jetzt hier, diesmal. Scheint so. Ja, noch bist du... Aber noch musst du aufholen. Der Wolf ist sehr weit vorne. Das ist okay. Das wird nix. Über... Ich bin wieder am. Ja, ist unter. Uzi. Aber der wird färlich. Naja, doch nicht. Na, na. Ah, ich bin doch vorbei. Kein Problem. War noch... War noch Wand dazwischen. War noch Wand? Ja, wenn nicht, wäre ich da gewesen. Ja. Aber alles okay. Der kommt. Auf uns. Ja. Ah, fuck. Den habe ich geführt. Vielleicht ein bisschen zu weit hin. Vorteil ist, wir haben wieder Anstoß. Das ist richtig. Und den mache ich jetzt. Mach das mal. Ui. Schöne Korre. Na, schade. Meiner. Geil. Ist das okay. Geil, Bessen. Nein. Hab ich verpasst. Ja. Komm. Auch verpasst. Was ist denn jetzt gerade los? Wann habe ich alles erwischt? Jetzt verpasse ich alles. Na gut. Der Wolf hat's gemacht. Eins gut, der Wolf. Ein sehr guter Wolf. Aber ich bin auch Verräter. Und nutze Scharfschütze mit einem 1000 Fuß Tor. Ja. So wie ich das halt immer mache. Hahaha. Off. Und du? Even. Au. Auf. Auf. Auf.